Wir möchten Ihnen heute unser neues Programm Experten ohne Grenzen vorstellen. Wie Sie alle regelmäßig in der Zeitung lesen können, gibt es in Deutschland einen Mangel an Experten und speziell auch an IT-Experten. Uns liegen Zahlen vor, dass es 39.000 offene Stellen speziell im Bereich Programmierer in Deutschland gibt. Wir von Manpower Group und Experts wollen helfen, diese Lücke zu schließen und haben speziell hierfür ein einzigartiges und neues Rundum-Sorglos-Paket für unsere Kunden entwickelt, um diese Spezialisten aus Indien, von unserer Fischwestergesellschaft in Indien, Ihnen zu stellen. Im Folgenden wird Frau Körner Ihnen Details hierzu erläutern. Experten ohne Grenzen ist ein Programm, um dem in Deutschland vorherrschenden Fachkräftemangel im Bereich IT speziell im Bereich der hochqualifizierten SAP-Fachkräfte entgegenzuwirken. Dafür akquiriert die Experis GmbH zusammen mit ihrer Schwestergesellschaft Experis IT in Indien die hochqualifizierten Experten im SAP-Bereich. Die Experis bietet den Unternehmen ein All-Inclusive-Paket an, welches beinhaltet, dass wir uns um die Rekrutierung der indischen Kandidaten kümmern. Wir kümmern uns um die Flug- und Hotelbuchungen. Wir kümmern uns ebenso um die komplette Organisation und Koordination der Visa- und Bluecard-Prozesse. Wir betreuen auch die soziale Integration und die Familienangehörigen. Pramod Prumad Amera in Deutschland und willkommen zu Frankfurt. Wir sind sehr froh, dass Sie hier mit uns, mit Experis GmbH. Ich bin sehr froh, dass Sie unsere Klienten unterstützen in der Zukunft mit Ihren sehr guten SAP-Skulls. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie Ihre ersten Tage in Deutschland? Well, thank you very much for a warm welcome. I'm very happy that I am in Germany and I am feeling very comfortable living in Germany and I had a very good flight, so I'm very happy. Thank you. Regarding your professional career, what are your expectations within Germany for the future? As far as my education is concerned, I have pursued a mechanical engineering degree and I do have work in a lot of international companies and as an SAP consultant, I'm going to bring a good future for the Experis and the Experis clients also. That sounds like a good opportunity for you and for our clients, of course. So thank you very much and I wish you all the best for your private and for your professional career. Thank you and good luck. Yeah, thank you. You're welcome. Wir haben aktuell 17 Kandidaten unter Vertrag. Der erste Mitarbeiter aus Indien ist am Montag, am 13. Januar 2014, hier bei uns in Frankfurt gelandet. Er hat jetzt bereits alle Behördengänge erfolgreich in der ersten Woche hier in Deutschland absolviert und wir freuen uns auf weitere Mitarbeiter, deren Flüge bereits gebucht sind, die jetzt die nächsten Wochen und Monate auch hier in Frankfurt bei uns landen werden. Wenn jemand von Ihnen Interesse an diesem Programm hat oder weitere Informationen benötigt, kann er sich natürlich immer gerne an mich wenden. Also, antes, wenn jemand bumpk ache. Ja. Und das hat schon alles in der molar Schritten. Auf Heingslaya. Wie, ihr könntab Junkie hin am V cleminieren. Wie, wie, mein Land幣? Ich hab einigen, bis就是 an die pitcher,